Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Jugend. Wir kommen jetzt zu einem großartigen Talent. Sein Name Hans-Werner Olm. Mit OLM wie ordentliche Liebe machen. Und wie oberlustiger Mitbürger. Der Komiker Hans-Werner Olm ist niemals allein, trägt als gespaltene Persönlichkeit viele Gesichter. Frauen hassen hohe Töne. Sie produzieren selber genug. Veronika, Veronika, ich bin in dich. Früher hast du eine Frau getroffen, die konnte kochen wie deine Mutter. Heute triffst du eine Frau, die kann saufen wie dein Vater. Ob als Kabarettist, Musiker, Schauspieler oder Autor, Olm ist sich für nichts zu schade. Seine skurrilen Figuren, grotesken Kostümierungen und besonders seine spitze Zunge lieben die Fans. Auf der Bühne und in zahllosen Fernsehshows. Ob als Wuchtbrumme Luise Koschinski, die in Amsterdam Touristen füttert. Oder als Rapper, der seiner Wahlheimat Berlin ein Denkmal setzt. Der gelernte Konditor war in den 70er Jahren Mitbegründer der Spaß-Kombo-Gebrüder Blattschuss. Mit 66 Haaren, da braucht man keinen Kampf. Mit 66 Jahren, da ist man echt arm dran. Mit 66 Haaren geht man nicht mehr in den Puff. Mit 66 bleibt einem nur noch der Suff. Hans-Werner Olm Als Hans-Werner Olm 2005 in Berlin seinen 50. mit der Creme der deutschen Komikerszene feiert, blickt er selber auch schon auf 30 Jahre Karriere zurück. Und die beginnt für den gebürtigen Bochumer als Straßenmusiker in Berlin. Hans-Werner Olm ist einfach nicht festzulegen. Er ist Komiker, Parodist, Sänger, Autor, Moderator und vor allem Autodidakt. Stor, Wann, Stor, Wann, Stor, Wann, Stor, Wann, Stor. Olm ist ein begnadetes, menschliches Chamäleon. Ob als Mick Jagger oder als sensibler Liedermacher Hermann van Feen. Kleiner Zauberer, tralalala. In den 90er Jahren machen ihn vor allem seine fiktiven Ruheport-Proletarier bekannter. Ganz ruhig, mein Lieber Freund, ich komm hier gleich da runter. Was ist los hier do? Geh mal weg da. Ganz ruhig, mein Lieber Freund. Er erfindet Kultfiguren wie Luise Koschinski. Ich hab keine Lust heute. Du Sackgesicht, wo geh ich hin? Rechts. Mick Krüger, genau. Zwei Nasen tanken, super. So einen Kinofilm kannst du heute gar nicht mehr drehen. Bei dem Benzinpreis nicht. 2002 gelingt ihm mit seiner Show Olm der bundesweite Durchbruch. Zwei Jahre später wird er dafür mit dem Deutschen Comedypreis geehrt. Berlin, Berlin, das ist mein Berlin. Jetzt hat er eine Hymne über Berlin aufgenommen. Über eine lange Nacht der kurzen Wege Mit Miet zu was trinken, hab jetzt noch einen Kater, Curry, Musch und Dosen Bier im Brat. Da deinem Lido kurz mal Hallo sagen, im Franz nach Jolie und Jenny fragen. Berlin, Berlin, das ist mein Berlin. Dein Herz kennt keine Mauer. Berlin, Berlin, wie Berlin. Bei der Mitmachshow Sing Dein Ding ist Hans-Werner Olm ganz in seinem Element. Er kann improvisieren und dabei Komiker und Musiker gleichzeitig sein. Er karikiert alles und jeden. Die menschlichen Abgründe sind sein Thema und das Volk lacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.